Die fünf wichtigsten Zitate, die Dumbledore jemals zu Harry gesagt hat, das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video besprechen wir die fünf inspirierendsten Aussagen, die Albus Dumbledore jemals zu Harry Potter gemacht hat. Dumbledore, der 1881 geboren wurde, war bereits 111 Jahre alt, als er Harry Potter zum ersten Mal begegnete, der zu diesem Zeitpunkt erst elf Jahre alt war. Es versteht sich von selbst, dass Dumbledore für viele Hexen und Zauberer, die ihn noch vor Harry Potter kannten, eine Inspirationsquelle war. Dumbledore war für viele Hexen und Zauberer ein Vorbild. Im Laufe der Bücher hört Harry oft, wie Dumbledore anderen Charakteren bedeutungsvolle Worte mit auf den Weg gibt. Doch in diesem Video konzentrieren wir uns speziell auf die inspirierendsten Aussagen, die Dumbledore direkt an Harry Potter richtete. Beginnen wir mit den Zitaten in chronologischer Reihenfolge. Das erste Zitat stammt aus Harry Potter und der Stein der Weisen, in dem Dumbledore zu Harry Potter folgendes sagt. Es ist nicht gut, wenn wir unseren Träumen nachhängen und vergessen dabei zu leben. Als Dumbledore dieses Zitat zu Harry sagt, besucht Harry gerade heimlich den Spiegel von Nehigab, einen magischen Spiegel, der seinem Betrachter seine tiefsten Wünsche zeigt. Ohne zu wissen, dass er nicht allein ist, verliert Harry sich im Anblick des Spiegels, bevor er realisiert, dass Dumbledore ebenfalls im Raum anwesend ist. Übrigens, wenn man Nehigab rückwärts buchstabiert, ergibt das das Wort Begehren. Über dem Spiegel findet sich eine Inschrift, die rückwärts gelesen, ich zeige nicht dein Gesicht, sondern den Wunsch deines Herzens lautet. Vor dem Spiegel sieht Harry sich umgeben von seinen verstorbenen Eltern Lily und James Potter und dem Rest der Potter-Familie, die er nie kennengelernt hat. Dies gibt Dumbledores Rat eine tiefe Bedeutung. Er erkennt, dass Harry am liebsten stundenlang vor dem Spiegel verweilen und sich vorstellen würde, wie es wäre, wenn seine Familie noch am Leben wäre. Doch würde er das tun, wäre er gefangen in einem Traum, der niemals Wirklichkeit werden könnte. Würde Harry Potter seine Zeit damit verbringen, ständig vom Unerreichbaren zu träumen, dann hätten wir nie die Chance gehabt, all die erstaunlichen Taten zu erleben, die er als junger Zauberer vollbracht hat. Als nächstes zitieren wir eine inspirierende Stelle aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens. In diesem Buch sagt Dumbledore zu Harry, viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Dieses Gespräch findet statt, nachdem Harry aus der Kammer des Schreckens zurückkehrt. Dumbledore gibt zu verstehen, dass der Hauptgrund, warum der sprechende Hut Harry in Gryffindor statt in Slytherin eingeteilt hat, Harrys eigener Wunsch dazu war. Dumbledores Reaktion überrascht Harry und wahrscheinlich auch die Leser. Er scheint keineswegs erstaunt und lässt durchblicken, dass er wusste, was Harry dem sprechenden Hut mitgeteilt hatte. Er sagt zu Harry, genau das unterscheidet dich von Tom Riddle. Tom Riddle ist der Jugendname von Voldemort. Mit dieser Bemerkung macht Dumbledore Harry deutlich, dass er sein eigenes Schicksal bestimmen kann und nicht umgekehrt. Dieser Rat beeinflusst maßgeblich Harrys Weg und motiviert ihn, moralisch richtige Entscheidungen zu treffen und das Gefühl der Kontrolle zu behalten, anstatt einem vermeintlichen Schicksal zu folgen, das ihn am Sieg über Voldemort hindern könnte. Unser drittes inspirierendes Zitat stammt aus Harry Potter und der Feuerkelch, in dem Dumbledore erneut betont, dass jeder sein eigenes Schicksal selbst bestimmt. Dort sagt Dumbledore folgendes. Es kommt nicht darauf an, als was jemand geboren wird, sondern was aus ihm wird. Zugegeben, er äußerte diese Worte tatsächlich gegenüber Cornelius Fudge und nicht direkt an Harry. Dumbledore richtet diese mahnenden Worte deutlich an Fudge, den Zaubereiminister im Krankenflügel von Hogwarts, nach Cedric Diggory's Tod und Voldemorts erneutem Aufstieg zur Macht während des Trimagischen Turniers. Mit diesem Zitat kritisiert Dumbledore Fudge dafür, dass er zu sehr auf Blutlinien und die Reinheit des Blutes eines Zauberers Wert legt, während er Harrys Warnungen über Voldemorts Rückkehr ignorierte. Stattdessen verlässt er sich auf die Aussagen von reinwütigen Familien wie den Malfoys, obwohl diese in der Vergangenheit mit den Todessern und somit mit Voldemort in Verbindung standen. Es könnte sein, dass Fudge Zweifel an Harry Potters Worten hat, weil Harrys Mutter Lily Potter muggelstämmig war. Oder vielleicht wollte Fudge einfach nicht akzeptieren, dass Voldemort zurückgekehrt ist. Wie auch immer, dieses Zitat regt Harry und den Leser dazu an, mehr Wert auf die Taten und Entscheidungen eines Menschen zu legen, als auf dessen Herkunft. Ein weiteres motivierendes Zitat findet sich zu Beginn von Harry Potter und der Halbblutprinz. Gleich am Anfang äußert Dumbledore gegenüber Harry, lass uns in die Nacht hinausgehen und diesem abenteuerlichen Abenteuer folgen. Dies sagte Dumbledore zu Harry, kurz bevor sie soweit waren, das Haus der Dursleys im Ligustaweg zu verlassen. Als sie sich darauf vorbereiten zu gehen, klärt Dumbledore Harrys Tante Petunia und Onkel Vernon darüber auf, dass die Zauberei, die er vor 15 Jahren gewirkt habe, dafür sorgt, dass Harry in diesem Haus einen mächtigen Schutz hat, solange er es sein Zuhause nennen kann. Auch wenn Harry durch diese Zauberei bis zu seinem 17. Geburtstag geschützt ist, symbolisiert das Verlassen der Dursleys für ihn ein Sprung ins Ungewisse, der möglicherweise mit Gefahren verbunden ist, wie wir am Ende von der Halbblutprinz erfahren. Es könnte sein, dass Dumbledore, obwohl er die Dursleys darum bittet, Harry bis zu seinem 17. Geburtstag erneut nach Little Whinging zurückkehren zu lassen, ahnte, dass diese besondere Abreise für Harry riskant sein könnte. Dennoch schaffte es Dumbledore, diesen mutigen Schritt sowohl inspirierend als auch spannend erscheinen zu lassen. Und das führt uns zum fünften und letzten inspirierenden Zitat von Dumbledore an Harry, aus Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Es lautet, Harry bedauere nicht die Toten, bedauere die Lebenden und besonders all diejenigen, die ohne Liebe leben. Selbst nach seinem Tod in Der Halbblutprinz findet Dumbledore einen Weg, Harry Potter zu inspirieren. Dieser tiefgreifende Ratschlag wird von Dumbledore erteilt, nachdem Harry von Voldemorts Avada Kedavra-Fluch getroffen wurde und sich in einer mysteriösen Zwischenwelt wiederfindet, die einer Art Vorstufe zum Jenseits gleicht. In dieser Szene befindet sich Harry unerwartet auf dem King's Cross Bahnhof und begegnet dort seinem verstorbenen Mentor Albus Dumbledore, sowie einer gequälten Kreatur, von der man annimmt, dass es ein Stück von Voldemort selbst ist. Dieses Stück war als Horcrux in Harry verankert, den J.K. Rowling als ein durch dunkle Magie geschaffenes Gefäß definiert, in dem ein dunkler Zauberer ein Fragment seiner Seele verbirgt, um Unsterblichkeit zu erlangen. Doch was will Dumbledore dem angeschlagenen Harry mit diesen Worten vermitteln? Es scheint, als wollte er Harry motivierend zum Leben zurückzukehren, statt den Tod zu wählen. Zu diesem Zeitpunkt hätte es für Harry durchaus verlockend sein können, den einfacheren Weg zu gehen und den Tod zu akzeptieren. Wie Dumbledore betont, ist das Leben oft voller Herausforderungen. Diejenigen, die leben, verdienen Harrys Mitgefühl. Dumbledore möchte Harry offenbar vermitteln, dass wenn er sich für das Leben entscheidet, er es mit Liebe tun sollte. Dieser Ratschlag scheint Harry zu motivieren, den herausfordernden Pfad seines Lebens zu bestreiten. Vorausgesetzt, er geht diesen Weg mit Mitgefühl und Liebe. Und genau das tut er dann auch. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, lass doch gerne einen Like und ein Abo da. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Was war dein Lieblingszitat von dem von Dumbledore? Schreib es auch gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.